greift den feind an natürlich greifen alle an er rennt ja sowieso vor ist ja egal zum angriff ich dachte gerade der hält da einfach an obwohl ich könnte natürlich meine truppen auch einfach hier hinstellen das ist natürlich auch hallo so ein bisschen schön hier das war vielleicht nur mal den gleichen dass wir den töten ja das doch nice und die können hier den tod hochgehen scheiße meine axt mache ich aber auch überhaupt nix alter habe ich dann gerade den kopfschuss gesetzt ja habe ich und er hat überlebt ja okay gut das war's haben wir geschafft haben wir geschafft wunderbar so selbstverständlich keine verluste vielen dank für die hilfe her ihr habt unsere seelen dort draußen gerettet ja 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 Vielen Dank.